Unsere Kollege Nina hatte im Januar bereits über die Vorbereitung zum Video über die Rollsafe-Transportsicherung berichtet. Heute möchten wir daran anknüpfen und die Organisation rund um die eigentliche Videoproduktion beschreiben. Denn damit Dreharbeiten und Videoschnitt gelingen, ist eine gute Vorbereitung maßgeblich. Nachdem die Locations feststanden, ging es uns darum, die Drehorte auch kennenzulernen hinsichtlich ihrer Platz- und Lichtverhältnisse. Netterweise hat Martin, unser Auftraggeber, im Telefonat angeboten, dass er uns von den Locations Fotos mitbringt. Seine Bilder gaben uns einen Eindruck davon, was uns vor Ort erwartet und welches Equipment wir brauchen, um flexibel zu bleiben. Außerdem wollten wir vor dem Dreh den Inhalt weitgehend festlegen, damit wir die Videolänge abschätzen konnten und die ungefähre Anzahl der Kameraeinstellungen vorab planen konnten. Also haben wir mit Martin und Nina die groben Inhalte abgestimmt und einen ersten Entwurf für das Voice-Over angefertigt. Damit konnten wir probieren, ob unsere Längenvorgabe von maximal zwei Minuten einzuhalten ist. Im nächsten Schritt planten wir die zum Text passenden Einstellungen. Dabei waren die Fotos und die Beschreibungen von Martin, wie die Abläufe dort erfolgen, sehr hilfreich. Wir konnten nun Text- und Videoeinstellungen aneinander zuordnen und einen Drehplan aufsetzen. Wir waren aber auch darauf vorbereitet, den Drehplan nicht hundertprozentig abzuarbeiten. Vor Ort ergeben sich manchmal bessere Gelegenheiten. Zum Beispiel schlug Martin vor, wir könnten zeigen, wie leicht drei Rollbehälter im LKW nebeneinander Platz haben. Hierbei und auch bei den anderen Einstellungen haben wir typischerweise mehrmals gedreht. Auf diese Art und Weise konnten unsere Darsteller und wir selber uns darauf vorbereiten, wie die ganzen verschiedenen Bewegungsabläufe funktionieren. Und außerdem sind wir sicher gewesen, denn es könnte ja auch schon mal sein, dass im Hintergrund mal unbemerkte Personen vorbeigegangen sind, die wir gar nicht im Bild haben wollten. Und so haben wir genug Material nach Hause gebracht. Später haben wir dann alle Text gesichtet und die besten für uns herausgesucht. Vor der Post-Production haben wir uns außerdem mit Martin auf eine Hintergrundmusik geeinigt, damit wir das Video passend zum Takt schneiden konnten. Und weil ein Voice-Over geplant war, haben wir auch einen Sprecher engagiert, der gut Deutsch und Englisch sprechen kann und hervorragend abliest. Das Voice-Over haben wir von dem Schnitt aufgenommen, um das Videomaterial am gesprochenen Text auszurichten. Nach dem Schnitt lag das Video dann also in Deutsch und in Englisch vor, damit Martin es in seine zweisprachige Website einbinden konnte. Für Social Media haben wir dann noch Untertitel hinzugefügt und beide Sprachversionen mit und ohne Untertitel exportiert. Das Ergebnis ist unter www.roll-safe.de slash Transportsicherung zu sehen.